Hallo, ich bin's Elvo und hab'n Schwert. Und damit herzlich willkommen zurück zu, äh, es... Ich wollt' grad Excalibur sagen. Assassin's Creed Vialhalla. Nicht alleine, wir haben jemanden dabei. Hallöchen wieder mal, danke, dass Sie heute wieder dabei sind. Ich geh jetzt, tschüss. So, und das war's auch wieder mit Ihnen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Nein, 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 nein. Dann hast du nicht so'n Abspann, die andere YouTuber. Lass' Sie jetzt einfügen müssen. Leider nein, also ich hab' echt keine Ahnung von den Einfügen hier. Äh, war da noch nicht probierend? So, wir waren letztens da, dass wir beim Ehebruch helfen. Jo, machen wir. Wow, was ist mit denen los? Hi. Seid ihr auf der Ziel? Ich ne, ich darf an den Krusche, weil ich das voll gemacht habe, ich geschützt werde. Okay, ich tuch' mal in den Kommentar raus, den ich dir vorlesen wollte. Ja. Äh, jetzt beschützt sie nicht reden. Beschützen? Als ob sie das nicht schreiben kannst, Junge. Beschützen. verräter okay ich habe gerade die kommentare ausgesucht leute habe ich gerade nicht drauf achtet logi achten kenne ich das ist doch dieser gott der lügen tut wirklich hatte okay warte mal dann lese ich hatte doch mal davon erzählt dass man sagte mich gefragt hat wann der jet abhebt weil meine playstation so laut ist habe ich dir mal erzählt so und unter den kommentar hat jemand geschrieben meine ist nicht so leute habe die c h ich weiß nicht ob das jetzt einfach nur auf die playstation ist aber ich habe das irgendwie falsch vom gedacht weil er schritt c u a 72 16 b für mich klingt das wie so ein name von dem kampfjet da habe ich mir und da habe ich einfach falsch gelesen und dachte erst meinte jetzt hatten kampfjet bei sich zu hause oder fahrrad es könnte ich weiß ich habe nichts damit anzufangen ich will sagen kann solche namen nicht ich weiß nicht ob das kampfjet ist oder ob das ein playstation name ist ich bin zu dem zeitpunkt einfach irgendwie mega lustig weil ich an kampfjet denken musste ja ja hier glaubst du ich hätte ihn verraten wo warst du die leute brauchen fleisch oh mein gott holfs leibschweißer okay erzähl ich mir mal von holf also ok 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 ich bin kein rabenschnabel ich bin rabenkrähe raben kriegt diese zwei unterschiedliche tiere schweiß hier wenn sie geschlagen werden dann komm rüber ich bin heute trifft nur mit der durch die pampa geeiert mit anschein was hast du getan was hast du denn jetzt was hast du denn jetzt was hast du denn jetzt er hat hassen ja was gesehen danke red es war nichts gutes gar nicht ehrgeizig arglistig und verträglichen jahre hier stehst du haupt wie der bogen und ein hat ein anfang das macht er mit seinem kopf gegen bogen und ein lalala keine weiteren fragen Vielen Dank. So, jetzt wollte ich mich mal fragen, hat die noch was anderes? Aha! Warte mal, stimmt, ich wollte noch Beeren, ja, ne? Das mache ich noch. Beeren. Ja, ja, das richtig ist was. So, Bären, 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 hier Bären, Fynn. Jaja, so alles, habe doch nichts gesagt, aber was war alles? die die wenn du da irgendwer tötest du ich einmal bären also beweise soll ich suchen ja das schulst du das ich mache wir haben einen bären sprich sie haben ich spüre den Bären du bist der Bär und ist der Bär tot herausfordern ich gehe nicht ein ich suche noch immer nach hinweisen Kollegen wer ist der Mörder wer ist der Verräter so nenne ich aber die Folge nicht hatte schon so eine ich habe hier wieder so ein Detektivspiel und in sowas bin ich eigentlich mega schlecht wer ist der Mörder Teil 2 ne diesmal sinds Verräter wer ist der Verräter Teil 2 ok ich kann nur noch mal alle abfragen hier komm mal her naja lass plaudern hier ich habe reichlich erlegtes Wild gefunden ich habe mehr als genug kann wer für jetzt noch schon einen Box bekommen ich traufe ein Mann aus einer Nahe Lauf Wolf ist nicht der Einzige der Einheit für dich aha die hat also einen armen Jungen zur Prostituktion gezwungen also das ist ja wohl mal unerhört die haben aber halt bei dir loben die ich sage ich habe sieben dort Born to me born Born Schwarzbäume Ne es könnte sein dass er die wahrheit sagt denn ich habe ja da hinten ist eine stelle wo sich jemand versteckt haben kann hier hat sich jemand versteckt vermutlich und er behauptet er hätte sich versteckt die andere ist es nicht die sagt jetzt sich mit dem jungen zur prostitution gezwungen ich bin aber auch ein arsch doch wenn ich schon was sagen wir hätten leuchtet was ist das nur das essen ist nur das essen also ja das wird jetzt schwierig stimmt ich würde sagen dass es geht hat ich habe sagen da ich sage wie du findest die verräter nicht was soll durchrüstungsschlage aber sie hat meine führung akzeptiert mit der war gar nicht das ist ein kleines kranus du gibst doch mal ein schwarzen ja ein dunkleres schwal okay also bisher ist gehörd das ist ein schwarzes kreisseln hat die böser als gut das ist ein schwarzes kreisseln kreisseln Mann, ich weiß jetzt nicht, wen soll ich denn jetzt ans Messer liefern? Alle. Einen von denen kann ich ja auswählen, aber die Frage ist halt, wer denn? Das ist halt mal wieder so eine Sch*** hier. Also, das ist aber nicht realistisch. Normalerweise werden immer alle umgeliefert. Nee, es ist nämlich so, einer hat den Verrat. Das Weib behauptet, es wäre ihr Liebhaber gewesen, der Sachse. Und dennoch tadelt sie den anderen Jungen, wenn er mal mit einer Sachse ins Bett geht. Und der andere hat, während des Atemgriffs hat er sich in einem Busch versteckt, das sogar recht logisch klingt. Weil ich ja so eine Stelle erfunden habe. Also, so an sich würde ich behaupten, Gerhild ist die Lügnerin. Gerhild. Es ist für mich Gerhild. Nein, das ist nicht wahr. Was ist, wenn es das Licht ist? Dann werde ich es gleich sehen. Wenn es hat immer so eine geile Sache, wenn es falsch ist, dann gibt es eine Nebenwirkung. Und zwar bei dem ersten Detective Ding, ein schändlicher Tod auf blutigen da hätte der echte einer der den letzten beiden wie heißt es, als Geise genommen und wäre dann gestorben. Ich hoffe, das war der Richtige. Oh Mann, ey, ich hoffe, ich habe die Rechte. Was ist das mit mir? Das ist nie. Philipp, sag mir, dass ich recht hatte, bitte. Sag mir bitte, dass ich recht hatte. Oh, nix so aus und falsch. Danke, genau das wurde ich schon. Ja, ich weiß das doch, Senpai. Okay, jetzt komm mir bitte nicht so. Hallo? Hast du eine normale Anrede? Ja, in Japan vielleicht. Ja, wie sieht's her? Ja, du bist vielleicht in Japan mit deinem Let's Play, aber ich bin hier in England. Du bist in Englalaland. Hi, ich bin's, der Englalalaland. Ich kann ja nicht mehr die Rechte. Ich frage mich halt echt, ob das dies damals wirklich so hieß. Ich bezweifle. Ich habe ja echt noch so viel Schwer. Okay, lass mal sehen. Der einzige Eingang es wird, ne, alle Eingänge, die es gibt, werden von Wachen bewacht. Ja, ist auch kein Wunder eigentlich. Na gut. Alles ist ziemlich leicht. Den krieg ich da schon weg. Wie tut man noch mal pfeifen? Gar nicht. Oh. Ja, ich weiß echt nicht mehr, wie man pfeifen tut. Äh. Kann ich hier vielleicht... Kommst du her? Jawoll. Der Pfeil regelt. Okay, der Kerl da hinten wird, äh... Der hat niemanden, der auf ihn aufpasst. Das heißt, ich kann ihn wegschnipen. Ich muss hier halt unbemerkt rennen, um den zu retten. Ah, er geht weg. Oh, das ist super. Ist das ne Art Wachablösung gerade? Ne. Wieso ist das Wissen? Du bist ja der zuguckt. Wirklich? Ne, eigentlich nicht. Oh nein. Nein, geh da nicht hin. Geh da... Ich, ich warne dich. Ah, es ist natürlich ein Meuchler. Wirst du mich veräppeln? Soviel zum Thema, ich will das unbemerkt machen. Nein. Ich muss, ich muss da was verhindern. Junge, du darfst nicht die Alarmglocke läuten. Ja, ne? Du, Leute, ist hier gar nichts, Junge. Ich hab dich gerade nicht umsonst weggehauen. Oh, ich brenne. Wie ist denn das denn passiert? Könnte Feuer gewesen sein. Das ist ja nicht leicht. Ich brenne schon wieder. Hört auf mich in Flanke zu stellen. Ich bin vielleicht ein heißer Kerl, aber so übertrieben ist das nun auch nicht. Also ich schleiche ich doch gerade. Hat der mich gerade... Hast du mich gerade angegriffen, Kollege? Pass mal auf hier, Alter. Ich zeig dir mal, wenn man sowas macht. Achso, ich muss ja ausweichen drücken, wenn ich aufstehen will. Ja, ein süßer Schmerz. Ich brenne schon wieder. Okay, Junge. Du da hinten nervst mich gerade mega. Ja, ich glaub, dich töd ich zuerst. Hier, sterb durch Feuer. Einfach in die Luft gejagt. Ja. Au! Der lebt immer noch. Junge, ich hab dich... Du bist zwar brandt. Du bist ja echt ne Legende, wenn du so lange überleben kannst. Im Feuer. Du bist ja schon cool, rammenschwarz, ey. Hier, ab in den Feuer mit dir. Ich wünsch dir einen angenehmen Brand. Zack, und... Einmal Rinder mit dem Speer. Und der fällt dir... Mut auf den Kopf, der verliert mich nicht. Das ist nix. Der hat mich angefasst. Oh, Waffe werfen, Waffen werfen. Yes. Nochmal. Ich liebe es. Waffen werfen ist einfach das Geiz hier. Ach, komm. Oh, Mann. Wenn man etwas unauffällig erledigen will, er ist aber nicht hinkriegt, weil man einfach zu blöd dafür ist. Kann ich den Hammer? Ich kann den Hammer werfen. Ich liebe das Spiel alleine deswegen schon, dass man die Waffen werfen kann. Okay, warte. Jetzt bin ich unerfällig. Ich kann das Ding kaputt machen. So. Es gab nie Anzeige, dass ich hier war. Hallöchen. Der Typ mit Excalibur ist da. Na, da war ja noch einer. Ach so, äh, Philipp. Ich habe die letzten Tage sehr viel, wie heißt es, äh, sehr viel Minecraft gespielt. Und, das Geilste ist, ich habe mir hunderte, äh, Videos angeguckt, wie man, wie heißt es, wie man am besten Stripmine tut. Und ob das glaubst du noch nicht. Wenn ich trotzdem 10.000, äh, trotzdem 10.000 Videos, die ich geguckt habe, habe ich nicht ein Wort verstanden, wie man das eigentlich richtig macht. Was ist denn? Oh, warte mal. Ich muss in die Luft jagen. Oh mein Gott, wer hat das denn hinter dir in die Luft gejagt? Oh mein Gott, wenn es nur welche Hinweise gäbe, dass hier so ein Typ mit zwei fetten Schwertern und einem Bogen auf der Klippe steht, ganz auffällig. Ey, würde ich mich aber fragen, der das da kaputt gemacht hat hinter dir. Ja, ne? Ach, wie gesagt, das ist mir zu blöd, ich greif dir an. Hallo? Hallo, ich habe einen Attentat gemacht. Wollte ich eigentlich gar nicht. Könnt ihr noch ein bisschen überreiten, bevor ich paar Millionen drüber fallen kann, einfach nur vier Pfeile. Blindern, blindern, blindern. Oh, loih. Hi, was machst du denn hier? Du gehst nirgendwo hin, Kollege. Wenn schon gehst du an meine Glocke. Leutertnamen verloren. Keine Sorge, es gibt Therapie dagegen. Okay. So einer ist er. Echt, der will jetzt bei einem weißen Kleidung in Gauss auf Schmerz-Kricks werden. Kann der mal so woanders sein? Oh, wisst ihr, was ich mir für Assassin's Creed wünschen würde? Was denn? Weniger Bugs. Ha, war gut. Ja, ja, ja. Oh, warte mal. Den töte ich ganz originell. In die Luft gejagt, was ein Opfer. Oh, Herr Lepploch. Warte mal, der bringt ja. Ach, doch, jetzt brennt er. Jetzt noch die Verteidigung. Nicht offline gehen. Keine Pfeile, ich darf die nicht benutzen. Ja, auch. Keine Pfeile mehr. So, äh. Uff. Alter, das war knapp. Den hab ich ja nicht gesehen. Schlagt mich zu breit. Wie wär's denn erstmal da runterkommt, Kleiner? Äh, Hilfe. Ähm. Ey, wo nicht die Luft wirken. Alles klar. Ey, wo hat die Luft gewirkt? Ha, ein komplettes Mokunage ausgelöst. Ohne wirklich daran teilzuhaben. Schwarzbombe voll... Schwarzbombe... 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 Daran ist Gold. Daran ist Gold. Eine Haftbombe. Finde den Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Ach, da ist er drinne. Toll. Ha, feile. Äh. Also, Wurfabdeck, die zu benutzen, ist auch sehr effektiv, muss ich einmal sagen. Ja, nein. Nimm Äxte. Äxte? Ja, Äxte, Ex-Kalibur. Und extrem viele Fernkampfwaffen. Nein, du nimmst Äxte und Ex-Kalibur. Hi, Kreuzbogenschütze. Das war's wohl mit dir, ne? So, es gibt einen Schlüssel, hab ich gehört. Wo ist denn... Nein, nicht die Sequenz. Ich wollte auch den Schlüssel haben. Schlüssel. Nein, ich hab Schaden genommen. Toll. Jetzt bin ich den Schlüssel los. Da wurde ich eigentlich arm. Warum schreist du jetzt auf einmal so, Junge? Ich schreie doch gar nicht. Nein, nicht du, der Typ hier. Deine Treue wird belohnt. Deine Wollnus hat sich blind gemacht. Ich brauche deine Hilfe. Äh, was soll ich denn nehmen? Ich stehne dir zur Nummer 1. Mit einer Strafsaubung könnte ich die ganze Karte aufschreiben. Ich habe einen Auftrag, nachdem dein Name in allen Langhäusern gesucht wird. Oh, erzähl. Ich brauche jemanden mit einem schnellen Wellenrost in gutem Zustand, um Estrid über das Meer ins Frankreich zu bringen. Noch ein Führungsschwindel. Estrid ist unerschütterlich. Nun gut, mögen zwei Triumphieren, wo einer scheitert. Wir hatten unsere gemeinsame Zeit. Das ist vorbei. Ich enttäusche weder dich noch sie. Geiler Kerl. So, jetzt will ich aber den Schlüssel haben. Ich will dieses Gold haben. Weh, ich kann ihn jetzt nicht mehr bekommen. So, der ist da drinnen noch. Entschuldigung, ja. Keiner hält mich auf. Ich hole mir den Schlüssel. Man, weißt du, wie fies das ist, Alter? Ich will den Schlüssel haben und da kommt eine Sequenz. Tja. Ich hatte ihn zum Greifen nahe. Ich habe ihn schon förmlich in meiner Nase gespürt. Ich spüre sowas nicht in der Hand. Ich spüre sowas in der Nase. Hauptsache, die Leiche liegt noch hier, Alter. Okay, wo ist der Schlüssel? Ja, wo ist der Schlüssel? Ach, da. Nein, ich will nicht. Da. Ahm. So, das muss ich kaputt machen. Kann ich das mit den Langschirtern kaputt machen? Ich will doch nur in den Scherft holen. Und ab nach unten. Gold, 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 gold. Ich hole mir das Gold. Keiner hält mich auf. Ich hole mir jetzt Gold. Ich sollte echt Songwriter werden. Vor allem, während wir Minecraft gespielt haben, während ich mit meinem Kollegen Minecraft... Ich darf nicht mehr reden, wenn der dabei ist. Scheiße, ich habe mich selbst in Flammen geschickt. Feuerwerkstatt. Ach, ich brenne. Ich brenne. Ich habe jetzt eine Methode, um an Dinge zu kommen. Wie heißt die Teile an? XP. Genau. Ganz einfach, du farmst. Quarz aus dem Nether. Das gibt dir immer gut XP. Oder du tust halt Dinge töten. Ja. Ich habe allerdings Nether gefarmt. Und das Lustigste an der ganzen Sache ist, wir hatten am Ende so ungefähr... Wie heißt das? Sieben Stacks Quarz. Das Schlimme an der Sache ist, ich war da Level 30, gehe zurück, weil wir quasi eine Lohnfarm gebaut haben. Da hatten wir richtig Glück gehabt mit einer Nesserfestung. Ja, was passiert? Ich fall runter in die Lava. Immerhin, ich hatte ein Nesserit-Schwert. Das war das Einzige, was mein Inventar aus überlebt hat. Das Nesserit-Schwert. Hä? Ein Nesserit-Schwert ist... Nesserit kann nicht verbrennen. Auch nicht in Lava. Naja, das ist praktisch. Ja, es ist dann nämlich einfach auf der Lava hin- und hergebounced. Aber beim ersten Mal, als ich das ausprobiert habe, hatte ich richtig Panik bekommen. Ich habe das in so einen Block Lava geworfen. Und als es nicht hochgekommen ist, hatte ich einmal richtig Panik und dachte, scheiße, das Ding ist doch kaputt. Ich meine, wir haben stundenlang dafür gefarmt. Wir sind sogar einige Male gestorben, nur um den Scheiß zu bekommen. Wir haben unten im Nesser ein richtiges Tunnelsystem gebaut. Wir haben immer wieder mit Betten und TNT-Gänge gesprengt, um an den Nesserit zu kommen. Wieso ist das etwa so schwer zu bekommen? Es ist nicht wirklich selten, es ist nicht so selten wie Diamant. Du findest es wirklich häufiger. Allerdings, ja, es ist halt so, du brauchst vier Nesserit und vier Gold für einen Nesserit-Bahn. Also, du farmst da schon eine Weile. Und die Nesserit kommt teilweise nur bis ein oder zwei Blöcke vor. Und sagen wir mal... Die Diamanten. Nee, Diamanten können auch bis zu acht Blöcke vorkommen, hatte ich einmal. Okay, also das heißt, bis jetzt Sonne. Ich hatte das nur einmal. Das ist wahrscheinlich richtig Glück gehabt, einfach nur. Aber keine Sorge, ich bin danach instant gestorben. Diamanten abgebaut und instant gestorben, das war so ein Karma, Alter. Naja, kann ich nix machen. Wieso werden diese Mangrun-Patrouillen schlimmer treffen? Was soll Alfida finden? Alfida, da vorne. Na denn, Alfida. Ich liebe sie. Wollen sie mit mir kommen? Warum ist es hier so grün? Macht bitte jemand den Filter aus. Alter, warum ist... Alter, das ist ja ein richtig ekelhaft. Junge. Was ist denn das hier? Was ist das für eine Sonne? Das ist ein richtiger Filter auf dem Foto. Sperrgebiet. Warum ist es ein Sperrgebiet? Das letzte Haus in Mälk. Das hat auch wiederum nicht hier kein Sperrgebiet. Warum es den Japanen Mongolen-Lager... Haben Spaß. Das ist Zivilisten. Jetzt reicht mehr, Dona. Niemand liebt Streiche mehr als ich, aber aufgrund der Hohlenzahler durch Öl verursachte Feuer kann ich nicht weiter... Gut, du wissens, den unangeschränkten Zugriff auf der hat entzündliche Materialien gewährt. Ach was, was habt ihr denn dagegen? Ein bisschen Öl und ein bisschen Feuer ist auch immer schön. Fragt Philipp, der kennt sich damit aus. Der kann sowas immer gebrauchen. Ja. Da steht, die haben sämtliches Öl gesammelt und eingesperrt. Bastian kommt auf ganz dumme Gedanken. Oh ja. Oh Gott. Wenn ich das finde, Alter, ich jag es in die Luft. Okay, diese kleine Frau, die ich finden soll, lebt nicht allein. Hi, ich tu dich mal Atem taten. Davon wird aber deine Wilde dunkler und so. Wasser wurde verschüttet. Oh mein Gott. Wer hat denn das gute Wasser verschüttet? Äh. Aber Asch, du weißt doch nicht morgens. Davon wird doch dein Wetter schlechter. Junge, lebst du länger noch. Ich möchte mit deiner Schwester sprechen. Aber, 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 aber. Sehen wir vor, bei Asch, das ist gut, weil das auch so. Du hast oft zuzunehmen, dass das Wetter schlechter wird, so öfters du Leute... ... als Cecilia. Das nicht, aber ich habe Vermutung, dass, äh, dass der Bosskampf, das, also mit gegen Odin, noch schwerer wird, desto mehr du von dem Weg des Vikingers abweichst. Das ist irgendwie so mein Gedanke. Also meins ist sowieso Dauer, ein Regenwetter oder dauerverwölktes Wetter. Ja, das ist ja nichts mehr anderes. Denn ich habe das Gefühl, weil er tut, äh, 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 wie heißt der Odin, der taucht jetzt öfters auf und sagt dir, was ist dir wichtiger, deine Ehre oder, äh, das Wissen? Und ich habe damals das Wissen gewählt, statt meine Ehre. Nein, ich wollte ihn accessionieren. So, warte mal, wo ist jetzt das Sperrgebiet? Ich will das Öl haben. Das drüben in der Kirsche vielleicht? Das wäre gut möglich. Kannst du da mal wieder runterlangen? Äh, nein, die Kirsche ist nicht das Sperrgebiet. Äh? Da ist ein Aussichtspunkt, hi. Das da unten kann es nicht sein. Dann muss das Sperrgebiet hier unter dem Haus sein, oder? Äh, schade. Wenn ich nur genau wüsste, wo das ist, Alter. Ich würde das inzeln in die Luft jagen. Aber die sagten, die hätten es weggesperrt. Also muss es doch hier irgendwo sein, weil die sich wie kleine Kinder benommen haben. Hier ist noch eine Notiz. Ist es hier drinnen? Bewohner, wer das bitte hört auf die Schafe? Was ist mit denen los, Alter? Die haben auch echt Bock, alles anzuzünden, ey. Okay, erst zünden sie Häusern und jetzt steht hier, die haben Schafe angezündet. What the fuck am? Wunder, was ist weg? Das muss hier drin sein. Das muss da drin sein. Es ist zu verletzt, okay, es ist zwar... Madona, ist es zu viel verlangt, dass wir aufhören, die Gebäude anzuzünden, die noch stehen? Nein, ich habe mich entdeckt. Alter, warum? Was ist falsch mit den Leuten? Hört auf, eure Häuser anzuzünden. Das ist mein Job. Genau. Die machen mich hier noch arbeitslos. Ohne Job nicht drin. Aha, da geht's lang. Noch einer. Okay. Ja, ich habe eine Grinne mal vermogen. Wenn ich hier jetzt kein Öl finde, bin ich sehr enttäuscht. Das, das Öl. Das viel Öl. Und der Schatztruhe, her damit. Ich schweige, ich werde es vielleicht bereuen, ob ich das tue, aber mir jetzt egal. Okay. Alter, wenn hier so viel Öl ist, das wird für irgendwas wahrscheinlich gebraucht. Das ist mir aber scheißegal, ich mache das einfach kaputt. So, die Bude ist auf, es kann losgehen. Äh, was war leicht denn... Machen wir den da. Den und dann den dahinter. Das dürfte genug Feuer. So, ich habe das Öl angezündet. Mein Tag ist erledigt. Kriege ich jetzt die Bezahlung? Ich meine, ich habe euer Öl vernichtet. Jetzt wird sich der Bruder Thomas nicht mehr beschweren. Warte mal, warum brennt das Haus nicht mehr? Ach, come on, das ist doch... Och, ne. Och, ne. Okay, okay, okay. Vorsicht, Soldat, das brennt hier drin. Wo ist denn der Soldat hin? Oh, ich brenne. Ja, ich verteile... Ich verteile Feuer. Komm her, ich habe Feuer für dich. Ich brenne für dich. Guck, du... Ich brenne für dich. Merkst du es? So geht das, Junge. So geht das. So, Leute. Jetzt, wo ich ja meinen Spaß hier hatte, würde ich sagen, dass... Waffe werfen. Würde ich sagen, das war es mit dem Video. Habe ich nur Hunger für Schnee? Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye. Und schau, jau, wau. Bye. mit. Ja.